wir sind heute in städten am kalten markt we are today in the city of städten am kalten markt or in english städten at the cold market because in winter it's quite cold here i heard früher habe ich immer nur davon gehört dass es hier sehr kalt sein soll but in summer it's not so cold here im sommer ist es auf jeden fall nicht so kalt also auch nicht kälter als irgendwo anders hier in süddeutschland the city is on the hills above the danube valley diese stadt liegt also oberhalb des donautals und wir haben heute freitagnachmittag it's friday afternoon after 5 pm and therefore not very much people are on the road but only before i started filming weil ich immer sehr viel geld in statisten investiere muss ich nur hier anfangen zu filmen und dann kommen aber wirklich die leute und die autos aus allen ecken als ich zuvor noch hier runtergelaufen bin da war hier niemand unterwegs before there was nobody no car nobody on the road here but as soon i am starting filming a lot of a lot of people and motorbikes are coming here so i'm paying a lot of money each time everyone wants to have at least five euros to appear here in this video und statisten kosten auch beim film nicht so wahnsinnig viel geld die stadt ist hauptsächlich bekannt wenn man bei der bundeswehr ist ich bin zwar bei der bundeswehr gewesen aber niemals also es heute wirklich das erste mal dass ich in städten am kalten markt bin die Und deshalb wird bei der Bundeswehr immer darüber gesprochen, wie kalt es hier im Winter Und jetzt biegen wir hier zum Rathaus ein Das ist der Town Hall, der former Castle. Also hier das Rathaus ist ein früheres Schloss, deshalb sieht das Rathaus auch so schön aus Und this evening is a big fest hier, also ausgerechnet, aber das haben die natürlich extra nur für mich veranstaltet Es ist ein großes Fest hier in der Nähe, da wird dann auch das Video enden There is a big beer fest this evening And also these people are walking to the beer fest on July 1st, 1st Juli 2022 At the moment you cannot hear the music But before there have been the beer festival music But maybe they pause, they have a break at the moment Wahrscheinlich holen sie jetzt nur ein bisschen Luft auf dem Bierfest Und hier nochmal ein letzter Blick Schloss Stetten am Kalten Markt Castle of Stetten at the Cold Market And I try to cross the street Ich versuche mal hier die Straße zu überqueren But as I told you when I'm starting filming All the guys and girls are coming out of their houses This is not very unusual when I do my videos Hier ist ein schönes Fachwerkhaus Ein Gasthaus und Hotel Und Restaurant Und das hier ist der zweite Brunnen The second Fountain and luckily the sun was coming out, zum Glück kam auch die Sonne heraus, weil es vorhin nicht so schön hell war, this is the church, the second church, we saw the first church at the beginning of the video this is the catholic church, you can read it on the door, man kann es da mit Caspar, Melchior und Balthasar auf den Türen sehen, dass das hier die katholische Kirche ist und auf der anderen Seite ist auch noch mal ein schönes Haus, frisch renoviert, another very beautiful house, restored or as we call it refurbished so it looks quite new, sieht noch ganz neu aus und hier sind wir dann auch schon am Ende von Städten am Kalten Markt anbelangt, was die Innenstadt anbetrifft und wir gehen jetzt dann noch mal zurück bis zum Bierfest hier noch mal das Gasthaus Hotel zum Kreuz hier noch mal das Gasthaus Hotel zum Kreuz ein Kreuz hier ist das hier da war hier ist das auf der Kiste hier ist hier das hier ist hier hier ist es Es ist eine kleine Stadt, aber es war das erste Mal, dass ich hier bin. Diese Frau weiß nicht, welchen der 50 Parkplätze sie hier nehmen soll. Und auch bei meinem Auto ist es immer so, ich kann es in die hinterste Ecke stellen. Wenn ich zurückkomme, steht immer jemand nebendran, obwohl 20 andere Parkplätze frei sind. Ich war hier in front of the castle und habe einen Ort, nicht in der Mitte. Ich habe hier ein Ort, wo die Leute viel walken müssen. In diesem Fall sehen wir hier Sommerfest. Man sieht also hier Sommerfest. Der hat mich jetzt so glatt überfahren. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Und hier, wie Sie sehen, hier ist die Entrance des Bierfest. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich, dass ich etwas gut ankäme. Und deshalb mit einem letzten Blick auf das Zentrum werden wir das Video hier beenden. I am wrapping up this video with the last view here of the marketplace in front of the castle. Maybe you can hear the ding-dong.